warum habe ich es wieder getan aber warum haben die das wieder getan wir sind bei star track discovery episode 7 reunification 3 jaja ich weiß jetzt kommen alle mit ihrer kanone mit dem canon daher es ist mir relativ wurscht sage jetzt einfach mal ein bisschen resigniert weil eigentlich wollte ich aufhören mit der season aber ich hatte so eine idee und zwar sie haben ja als das geschafft in der letzten letzten ein zwei folgen dass die discovery sich wieder in die sternflotte eingereiht hat und ein auftrag hat nato boldly go und so weiter so hatte ich das verstanden das ist jetzt die chance jetzt geben sie mal so richtig gas also das to go when no one has gone before und so weiter das wäre jetzt die chance gewesen abzuzweigen von recht mittelmäßigen vermurksten drehbüchern mit langweiligem dauergeheule in der handlung die man irgendjemand interessieren könnte was machen sie naja gut in letzten folge war ich nicht ganz so begeistert aber in der es hätte ja sein können es gab auch schon damals mittelmäßige folgen die ich nicht mochte also geben wir ihnen doch noch eine chance die folge fängt mit einem logbuch eintrag von michael an und letztendlich sagt sie dass sie nicht weiß wo sie hingehört okay und das geht weiter und weiter und dann sieht man sie plötzlich mit ihrem spuse da rummachen und ich denke mal sie machen gerade was man da halt so macht oder haben das halt gemacht vielleicht weiß sie dann oder weiß er wo sie hingehören ich weiß nicht man muss dazu sagen die folge war ein bisschen länger als alle anderen so kam es mir vor also von der laufzeit der 50 minuten sie fühlte sich auch länger an aber wir werden wieder darauf zurückkommen und sie labert und labert und irgendwie ihre besessenheit endet dann in dieser aussage dass eigentlich sie es unbedingt die ursache für den brand finden muss also bei brand denke immer dran in bayern sagt man ja brand das hast halt danach mit am tag zu fast geh am nächsten morgen auch schon brand ja das ist glaube ich jetzt nicht ihr problem sondern dass sie dass dieses singuläre problem als ihre lösung sieht wenn sie da die ursache findet dann geht es ihr wieder gut und alle sind zacka zacka naja schauen wir mal sie geht dann zu tilly sie braten sie baden gerade ihre hände drin das sagt euch wahrscheinlich nichts mehr dann google das bitte und sie lässt aus den daten sie hatte diese explosionsdaten dieser schiffe und davon hat sie drei und aus durch den zeitversatz machen sie eine triangulation und wollen damit bestimmen wo der brand herkommt okay wie ich sagte schon das letzte mal die grundidee ist ganz okay das ist nicht super dämlich wobei der kleine physiker in mir schreit natürlich mit der raumzeit und werden das schon mal mit gleichzeitigkeit aber diese ist okay was mich etwas gewundert hat früher hätte man wenigstens gesagt vielleicht habe ich das auch verpasst doch auf deutsch anschauen sollen hätten sie gesagt aber jetzt diesen fehlerkreis sie machen das auch sie müssen sie machen ein kreis allerdings hat auf dem zweidimensionalen bildschirm da hätten sie dann wahrscheinlich eher eine kugel machen sollen wenn man jetzt schon pingelig ist und ich habe nicht ganz kapiert wie groß die ist weil man hätte ja vielleicht das universum ist relativ leer das eingrenzen können wollten sie aber glaube ich nicht und dann war meine vermutung okay das gibt jetzt so ein dauer mega finner bis sie alle ihre infinity stones gefunden haben geht halt dann die season oder noch mehrere seasons damit sie eben das zielgebiet ein kreisen können weil da kann ja auch messfehler dabei sein ich habe sowieso nicht verstanden dass im naja gut sie haben so blöd ausgedrückt sie haben gesagt sie nehmen die zeit wo die schiffe explodiert sind jetzt ist aber eine explosion dazu ein abgeschlossener zeitpunkt das ist kein vorgang der innerhalb und die zeit ist sie nennen es wahnwitzig gering dieser zeit abläuft und man muss ja sagen so ein transponder der sich meldet der hat ja auch ein gewissen ja nicht einen dauer daten also okay das ist jetzt wieder alles zu technisch argumentiert das war schon ein bisschen quatsch aber von mir aus sie findet heraus oder hat irgendwo in geheimen daten was herausgefunden also komisches experiment und das könnte ihnen vielleicht helfen aber sie weiß nichts darüber und deswegen gehen sie zu ihrem oberbos und der oberbos sagte sorry der planet den du meinst das war früher wohl kann wohl walken vulkan naja kommt das englische wieder durch ich habe im letzten oder vorletzten mal gesagt dass wahrscheinlich der brand von vulkan oder von der erde ausging ich war jetzt nicht ganz falsch weil die vulkaner denken dass von ihnen der brand ausgehen kommt aber das fix so far naja wo mit der logik ist dann vorbei und es wäre doch eine gute idee wenn sie jetzt dahin fliegt weil sie ist die einzige die das tun kann sie ist quasi die auserwählte sie mag es nicht so richtig sagt dieser plädie die was die bin grad die gradiert worden und das ist vielleicht doof als botschafter und so weiter du bist die einzige kurz sie hört sich inzwischen zwischendurch dann noch eine botschaft von spock an und fängt an zu heulen hatten wir noch nie in der episode toll dann schiffen sie da gemütlich hin zu dem planeten um die zu fragen wo die wissenschaftlichen daten sind dass ob sie da mal reinschauen können ob sie das also im prinzip vielleicht haben die ihr paper nicht wirklich veröffentlicht oder es ist bei irgendeinem der üblichen ja wo man erst bezahlen muss wahrscheinlich wollen sie sich gesparen das wissenschaftliche paper dann zu kaufen ist bereits böse also dann beamen da und das finde ich jetzt wieder witzig die die schippen also in den orbit und dann beater quasi instantan aber sie waren angekündigt die chefin der abschiff und sagt du kommst da nicht rein also und dann habe ich mir schon gedacht moment wenn es das jetzt war warum seid ihr euch hingeflogen haupt webex oder irgend sowas so inter interplanet ex weil das war ja echt also energie mäßig und der wüsste der hyper raum ist ja ein bisschen kaputt im lauf der zeit also energie mäßig war das ja die volle 0 nummer aber sie hat eine tolle idee also michael sie ruft das quorum an das corum das ist im prinzip des parley aus fluch der karibik das ist so das quorum wo sie dann sagt eben moment ich möchte einspruch erheben und dann ist kommt auch ihre mutter ins spiel und ja die haben sehr tiefgreifende mutter-tochter diskussionen ja sind wir dabei meinem geliebten family business sehr oft fällt das wort spock und sehr oft fällt das wort vertrauen das ist eigentlich relativ wurscht dann haben sie so geart prozess nennen wir es einfach mal so wo sie viel blubbern und ich habe gedacht jetzt machen sie jetzt macht eine voll die geniale logik lücke also oder die ja sie nützt die logik aus vielleicht von den anderen das mag ich übrigens so an anwaltsserien die sind in dem moment richtig gut wenn auch der nicht fachmann nachvollziehen kann warum jetzt hier ein genialer move gemacht wurde weil es einfach dann eine logik abläuft die ein dann umhaut man ja da hätte man sogar drauf kommen können was machen sie reden von gefühlen und blub und bla und dann sagen natürlich zwei nein und einer sagt vielleicht ist vielleicht gut nur die kleinste chance haben dann geben wir die vielleicht die daten und ihre mutter bringt sie dann aus dem konzept das war so dieser eine frage der ehre moment wo sie dann irgendwann dann zusammenbricht also michael und sagt ja das ist ja blöd also dass ihr heute noch nicht ganz es ist ja blöd ich habe ich wurde hier degradiert und ich weiß doch auch nicht und blöd und ach ich verdiene euer vertrauen kann ich habe gesagt das vertrauen sehr oft hier fällt ich ziehe meinen antrag zurück dann haut sie auf den gong das ist der ich sie meinen antrag zurückgekommen und sie und genau sie sagt dann ich mache weiter auch ohne euch mache ich weiter und ich werde euch vertrauen ich werde euch alle meine daten zur verfügung stellen vertrauen wenn ich jetzt irgendwie den plan für eine ultra mega tetra planetenbombe habe und jemanden zur verfügung stellt da muss ich vertrauen wenn ich aber noch nichts habe und selber irgendwelche daten zusammen sammeln will die jetzt eben mit dieser mit diesem brand zusammenhängen was muss ich dem anderen da groß vertrauen kann ich nur sagen ich gehe in vorleistung oder etwas vertrauen weil ich das wort vertrauen hätte das aus den drehbüchern wieder schmissen selbstverständlich nach diesem genialen abgang weil da hören ja welche mit das ist wie im bundestag netter werden also fensterreden gehalten das ist nicht für die abgeordneten sondern für die angeschlossenen fernsehanstalten und zuschauer und natürlich kriegt sie dann später die daten und das muss ich überlegen dann hat sie doch eine unterhaltung mit ihrer mutter damit sie nämlich da zusammen heulen können ja ich habe jetzt ein teil der handlung weggelassen moment die muss kurz den wälder lehrsaufen weil die haben im armen branchen tilly sie braten gerade ihre hände drin tilly die hat mit captain blaubeer blau auge eine unterhaltung weil er möchte sie zum ersten offizier machen das ist jetzt böse gemeint ich wollte sagen nett böse gemeint aber du willst nicht als jemanden haben der irgendein haufen in der richtung schickt jemanden der verunsicherheit im boden zerfließt oh ja und das irgendwie ich habe das gefühl genau das ist der trick an dieser season dass keiner das sagen möchte weil da die leute benachteiligt werden oder das irgendwie so als mobbing rüberkommt aber jetzt stellt euch mal vor dass der general der befehlt befehlen muss dass seine leute jetzt hier in einer nennen wir es mal zumindest mal sehr ausweglige situation rennen wenn er dann sagt können sie mich liebhaben über ist ja auch nicht so genau wie ich hinköre aber wäre vielleicht nett wenn ihr da 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 hinten da ist jemand den wir wahrscheinlich vielleicht für böse halten wäre es wäre es für euch okay wenn er nach der mittagspause da vielleicht so paar granaten also oder hinlaufen würdet und die ein bisschen schießt wäre das wäre es vielleicht okay weil ich muss jetzt erst noch mal zu meinem psychiater ich denke ich habe gerade wieder eine heulattacke sorry wäre es okay für euch so ungefähr kommt mir das vor tilly rede dann mit dem blonden ich kümmere mich um die triebwerks einrichtung typ und er sagt dies kann ich mir nicht vorstellen dass du mein chef wirst und dann ist betreten und überrascht aber es wird natürlich wieder alles gut sie machen dann sozusagen die triebwerksmannschaft macht eine intervention als sie zur tür reinkommt intervention das war bei hause ich bringe manchmal das durcheinander ist doch alles dieselbe suppe und sie machen sozusagen intervention und die heißt dann sagt ja also ich kenne das just say no aber just say yes ja wahrscheinlich das ganze dies sollte positiv sein aber es ist einfach nur peinlich es ist dann peinlich wie sie dann rumfrotzen so moment ich möchte gerne ein zimmer mit finster und ich möchte gerne urlaub und dann sagt dann die michael die kann natürlich zu spät nicht einmal da kommt sie rechtzeitig aber unterstehe ich zu sagen dass wir jetzt betten tauschen also ich kenne jetzt nicht so aus aber ich glaube man könnte in den u-booten da haben die offiziere natürlich eigene betten ist ja auch peinlich also man kann sich jetzt so einiges vorstellen wo man als offizier sondern ein paar sonderrechte haben möchte ist das peinlich aber es ist eine gute möglichkeit dass tilly heult mal wieder tilly und michael liegen sich dann heulend in den armen man sieht sogar in der szene wie sie die träne wie also wie viel zeit vorhanden ist weil die einmal ist die träne schon ziemlich weit runter gelaufen wahrscheinlich ist es also wenn sie das echt kann ist es eine leistung meistens hilft man da bisserl mit mit so wasserhaltigem gel nach oder irgend sowas falls sie wirklich so spontan heulen kann geil also props zu ihr zur schauspiel von tilly und ich rede auch immer nur von der figur nicht von der schauspielerin die figur ist ich weiß dass sie mit absicht so angesetzt ist aber es gefällt mir halt nicht ach so wir sind jetzt schon am ende diese ganze endsequenz die ist viel zu lang also nachdem klar war dass sie die daten kriegt ich glaube es gibt sieben oder acht minuten lang in der größenordnung es ende natürlich so wie es angefangen hat das ist sogar wieder schön book hat sich inzwischen umgezogen sie haben die katze die hat wohl als hauptaufgabe irgendwo auf irgendeiner schalltafel zu sitzen das wäre ein raumpatrouille nicht passiert weil da war die so gebogen dass die katze das wäre eine neue art absturz gewesen und ja sie wissen jetzt wo sie hingehören ich denke mal home ist bei market ist ist so ungefähr das was wir das mitnehmen können weil dann so und die kamera raus aus dem raumschiff im hangar und das war's dann dann haben wir es wieder überstanden was stört mich jetzt was ich schon in den letzten episoden gesagt habe ich vermisse irgendwas es gibt ja immer so so meistens gibt es ein dreieck an optionen und man kann ich immer alles erfüllen es gibt es oft im leben sondern zum beispiel bei motoren ist es auch so er könnte ihn zum beispiel sparsam machen er kennt ihn mit geilem durchzug machen und ihr könnt ihn abgas freundlich machen und das kann man nicht alles gleichzeitig machen man muss sich man kann meistens vielleicht zwei auswählen oder man kann halt den schwerpunkt dieses dreiecks verschieben was hätten sie machen können sie hätten action machen können action hat diese folge gar keine sie hätten intelligente handlung machen können und man sich sagt ich bin nicht darauf gekommen aber mit dem wissen was ich von allem gehabt hätte hätte ich darauf kommen können haben sie nicht gemacht wenn sie nicht weiter wissen lassen sie die leute holen das ist so heulsoßen tv und wenn sie irgendwelche guten referenzen markt brauchen dann ist es bock und dann blenden sie auch noch filme von spock ein es scheint der einzige anker zu sein den sie in dieser serie haben und nicht falsch verstehen ich fand in next generation die momente die emotional wurden die besten weil man es auch nicht unbedingt erwartet und weil es gut gemacht war aber hier kommt das vor wie ich weiß es auch nicht wie so eine high school klasse den man irgendwie ihren alkohol weggenommen hat und die dann heulen durch die gänge rennen und ihm würde versuchen ihre lehrer zu bitten oder ihre aufsichtspersonen zu überzeugen dass sie wieder irgendwie an die schokolade die schnaps berlin dürfen so ungefähr kommt mir das vor ich weiß nicht was das soll aber jetzt big reveal ich werde die nächste folge auch anschauen weil inzwischen bin ich mir ziemlich sicher dass es so weitergehen wird sie werden vielleicht noch ein zwei action folgen machen und ich fürchte fast dass ganz am ende zwar den punkt finden werden wo der ganze spaß herkommt da aber die drehbuchautoren garantiert noch kein konzept haben was sie dann mit dem wissen machen sollen weil ich bleibe immer noch bei sagen es kommt dann von erde oder weil die klingonen jetzt gerade noch nicht so richtig haben auch hatten die irgendeine rolle ist die haupt ist ob du nicht so ganz aufpasst in den vorherigen season ist das werden wir jetzt wieder einige dacke 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 vorwerfen also irgendwas wo überhaupt nicht damit rechnen ich glaube es waren die frocks die frocks könnten das gewesen sein die sind eigentlich sonst einmal für solche schweinereien gut aber erde wäre auch cool weil dann könnte man nämlich den cliffhanger um diesen ende machen wo dann diese grafik zusammen fällt wo also das zielkreuz auf der grafik und dann kommt einer wir haben den ursprung gefunden es ist die ehre und dann in der season und dann haben sie wieder so ein halbes dreiviertel jahr zeit die drehbuchautoren da etwas vernünftiges zu finden ach ist das furchtbar okay ich denke mal wir sehen uns dann beim nächsten mal beim gemeinsamen das dann ich gucke jetzt wieder eine folge mandalorian ist zwar jetzt auch nicht der weisheit letzter schluss aber das macht einfach irgendwie mehr spaß ja also dann servus sie muss mein weder noch schwindler saufen aber für die endkarte reicht es geht es läuft auch nicht die Das war's für heute.